Bereits am Samstagnachmittag, 9. September 2017, ereignete sich im Zeitraum 14.40 bis 16.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schallstadt in der Basler Straße 12 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem silbernen Opel Astra, wodurch im Bereich des hinteren Stoßfängers Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter tell 0761-8823100.Medienrückfragen bitte an, Laura Riske Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon 0761-8821011MI, freiburg.bp at polizei.bwl.de Original-Content von Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch News Aktuell.